Freunde, willkommen im Stream. Wir sind heute bei Berlin Kumru. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Digga. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist ein kranker Kumru. Ibo, hab den noch nie gegessen. Ich hab den schon sehr oft gegessen, Bro. Und egal, wen ich hergebracht habe, außer Berlin, alle waren davon überzeugt. Alle frage das. Allein wie das aussieht, das kann nur schmecken. Meinst du, Bro? Allein wie der das macht, das kann nur schmecken, Bro. Macht der diese Käse aus deinem, Bruder? Ja, natürlich, Bro. Was denkst du da, mein Bruder? Valla, Bruder. Valla, wer in der Nähe ist, komm, ich gib raus. Ey, Bruder, guck mal, ihr sagt das nochmal. NRW-Geld hat in Berlin keinen Wert. Hat keinen Wert in Berlin. Mach nicht diese Filme mit mir. Okay? Freunde, für alle, die nicht wissen, was Kumru ist, also Kumru ist so eine Isimil-Spezialität. Du isst da einfach Frühstück in deinem Brot. Dein ganzes Frühstück, was du auf dem Tisch hast, Bruder, hast du in deinem Brot. Guck mal, jetzt kommt diese Filme mit Salaam. Tschuuuus. Was ist das da oben, Digger? War das dein Bruder? Was war das Erste? Sausis. Ach, das war sausis. Sausis, Bruddi. Bruder, er soll auch Gurke tun. Alles, Bruder. Ja, Bro, guck mal, diese Ketchup-Mayo. Ja, er soll alles drauf machen, Digger. Die Ketchup-Mayo ist püf. Heftig, Bruddi. Guck mal, Bro. Brav, bo. Wir sind gerade am Hermerplatz Schöleinstrasse. Ibo gibt heute aus Kapi. NRW-Geld. NRW-Geld hat dir keinen Wert, Digga. Ibo will zwei essen. Ich meinte, ich will nur ein Essen, Bruder. Hält's Käse, nimm mal auf jetzt. Guck mal, diese Käse. Diese Käse? Das ist das Endlevel, Bruder. Bruder, hör doch auf. Ich kann jetzt schon sagen, es wird krank. Natürlich, Alter. Guck mal, achte mal, wie geil der Käse jetzt schmilzen wird. Guck mal, wie er drauf macht gleich. Krank. Zehn von zehn, Bruder. Einen. Probier mal erst mal, Bruder. Ich hab doch jetzt schon gesehen. Ohne zu probieren. Ich hab doch jetzt schon gesehen. Ohne zu probieren. Ja, ich hab doch jetzt schon gesehen. Ich hab doch jetzt schon gesehen. Aber, ohne zu probieren. Aber, aber ich mein coole ab. Ich hab doch jetzt doch jetzt her. Ich hab aber wieder. Ich hab wieder hier drin. Ich hab jetzt zu probieren. Also, ich hab jetzt gesagt, dass wir hier drin. Ich hab jetzt dierites. Das ist das kumro. Jawohl. Das war jetzt schon. Aber dann kommt noch an. 15 liralar yeter abi. Eyvallah abi. Yabancı değilsin. Familia. Familia betri. Familia betri. Ulan batıdan mı geliyor? Batıdan geliyor. NAB'den geliyor. Abi bu tam yazık ya. Hiç bulamayacak ya. Hiç bulamayacak. Hiç bulamayacak. Abi orayı açalım. Gel senareteyim aç. Gel öğreteyim sen aç. Öğreteyim sen açıyor. Beraber açalım orada yani. Abi tamam. Namımız şanımız var yani. Abi bizim de var. Vermeğin kubur biz. Yani yani yani. Abi intellectual. Abiушка always afraid区 Abi ... Ich geb auch raus, Bruder. NRW-Geld hat sie keine Lösung, Bruder. Komm mal links, lass mal hier rüber. Freunde, okay, wir machen eine Wette unter uns, Digga. Ibo hat sich zwei bestellt. Ich sage, er wird den... Obwohl, Bruder, Ikea ist schon hart, Bruder. Ütsch jemessen, Bruder. Drei Schatz in den Metz. Ich werde jetzt nicht so drei, aber wenn ich Hunger habe, ich werde einen Köpfen haben. Ich glaube, das schmeckt. Was liebst du, Bruder? Was machst du? Trägt doch den, wie man zehn Meter auf den Kopf hauen kann. So, Bruder, pass auf jetzt. Ich hab den, Bruder, weil er wird das zum ersten Mal es fetzen, Bruder. Ich kenne den Geschmack schon. Öl hat schon Masama, Bruder. Ja, Bruder, ich will essen. Das musst du quer halten, mein Bruder. Zeig doch erst mal den Inhalt, Alter. Aber der hat das so eingepackt, Digga. Ja. Bruder, was ist da los? Weiß mal genau hier rein. Gottlos. Warte, Bruder. Und jetzt dieses Eidernstück hinterher, Bruder. Halt jetzt die Mitte, Bruder. Jetzt die Mitte. Warte, Köpfen wird gar nicht Bock mehr. Boah. Ohne Bluff, Bruder. Bruder, warte. Habe ich dir zu viel versprochen? Nein, warte, nein. Genau, ideal. Bruder, bei Essen, ich kann nicht lügen. Eins bis zehn. Elf, Bruder. Ehrlich, so hart? So hart? So hart. Adam, ne, jo, morg. Adam, ne, güm, du morg. Warte, mir fällt es nicht. Habe, wisst ihr, was das geil ist, Bruder? Habe, wenn dicke Menschen essen vor Kamera, ist das noch geiler. Warte? Ja. Gennt euch, Bruder. Boah, dieser Käse, dieser Käse, dieser Käse. Dieser Käse, hör doch auf, Alter. Hör doch auf, mein Bruder. Warte. Wir können Fucuk, Salam, Sosis, Turschul, Käse. In einem schmecken, Bruder. Das kann doch gar nicht. Das muss eigentlich schlecht sein. Ja. Jetzt bin ich dran. Bismillah. Ibo. Pumple, gelbe. Wir müssen jetzt Pumple machen. So einfach miese in Brot beißen. Und so Augen morgen auf, okay? Wir essen noch. Das kann noch zehn Minuten dauern. Komm, was du denn in der Warte? Mh. 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 Vielen Dank.